Am Donnerstag zieht leichter Regen von West nach Ost durch. Danach lockern die Wolken vor allem im Westen etwas auf. Die Höchstwerte erreichen kaum 5 Grad in Bayern und örtlich bis zu 10 Grad im Rheinland. Der Wind frischt vor allem im Nordwesten stark auf, an der Nordsee sind auch Sturmböen dabei. Der Freitag wird vom Emsland bis nach Flensburg regnerisch und windig mit Sturmböen an der Nordsee. In einem breiten Streifen von Nordrhein-Westfalen bis zur Ostsee ist es bewölkt, Regen fällt aber kaum. Im Schwarzwald und vom Alpenrand bis zum Erzgebirge kann sich sogar mal die Sonne zeigen. Mit 4 bis 10 Grad wird es recht mild. Am Samstag wird es wechselhaft mit Regenfällen, im Nordwesten frischt der Wind stürmisch auf. Der Sonntag bringt voraussichtlich verbreitet Sturm und Regen. An der Nordsee sind auch arkarnartige Böen möglich. Dazu sind entlang des Rheins bis zu 15 Grad drin. Auch die neue Woche beginnt wechselhaft und es wird wieder etwas kälter.